So, also wir müssen hier irgendwo hoch. Hallo? Da. Oh, ich muss das Schwert wechseln. Das macht sogar 24 Schaden. Nein. Du lässt er mich rein. Nicht immer in mich rein, bitte. Ich kann so nicht kämpfen. Was hat denn der? Ah, das ist ein Panda-Träger. Cool. Shit. Die machen so viel Damage. Wahrscheinlich wegen dem Panda-Träger. Ja. Das ist zu schwer. Das ist zu schwer. Puh. Halbes Herz. Wir gehen hoch. Ja, sicher. Ich, äh... Lol. Weckt er. Jetzt sind die schwer. Die sind richtig schwer. Ja. Da ist der Panda-Träger. Trappst du was? Wir müssen zusammen hoch. Da sind mehr als 20. Da sind mehr als 20. Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Aber so, dass man... So, dass man... Äh... Noch etwas... ...abbauen kann. So. Okay. So. Dann setzen wir mal den Bogen. Goldener Bogen. Oh, meine Schwester wieder so extrem laut. Gut. Die muss eh mehr das ganze Haus einschreiben. Als würde mein Vater nichts mehr... Äh, hören. Ah, hier ist der Creep explodiert. So. Hier hoch. Oh, Magie sind sehr gut. Eine Schallplatte. Goldener Chocobo-Fäte. Oh. Ich lege jetzt... Alles Zeug mal da rein, wo aus Eisen ist. Das ist ja schrecklich. Oh. Ich lege jetzt... Ah, das ist schrecklich. Ähm, ich muss das irgendwie anders tun. Die Bücher lege ich mal rein. Das Bett brauchen wir nicht. So. Ah, was hat er gesehen? Ja, klar. Wir sind ja Kollegen. Klar. Oh. Ja. Sieh die Tab. Du stebst. Bisschen Taktik wäre ja schon nötig. Ja, genau. Er geht zu den... ...zu den Diamantrüstung-Kerle. Einfach hinein. Ohne Taktik machst du deine Rüstungen kaputt. Er geht einfach rein und das ist... Ja, da gehen die besten Rüstungen sofort kaputt. Geh jetzt nicht immer rein! Überhol mich bitte nicht immer. Ich bin der Auf, der Aufnehmer. Warten. Warten. Nicht rein stürmen. Mit Bogen arbeiten. Zurück ziehen. Und so weiter. Ist das genug Taktik? Ja. Dann esse ich noch mal was. Pass auf, Boss. Pass auf, Boss. Oh nein! Da hat ich runtergeschubst. Geh mal weg, bitte. Geh weg, please. Komm mit. So, aber dass ich auch abbauen kann. Bitte. Ja, ich hab wieder alles eingesammelt. Ja, ich hab wieder alles eingesammelt. Äh, Eisen, Meteor, Meteor, Plus, Bounce. Ohhhh. Ja, kann ich gar nicht. Ich hab kein Bett... gehabt. Die kommen von unten, weil wir sie runtergeschubst haben wahrscheinlich. Da war irgendwie hier. Da. Schub sie runter. So. Ähm. Wo ist Fleisch? Ähm. Ich hab mir dritten Sachen. Ähm. Diamantenstiefel gehabt. Mal schauen. Mal schauen. Let's do uns. Das ist raus. Mal schauen. Das ist rein. Let's do uns das rein. Das ist rein. Und das ist rein. Gut, also, ähm, raus, raus, so, da, 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 ähm, viele Sachen hier, aber die sind alle mein. Wo ist der Rest, wo ist der Rest, mit Tritten Sachen sind so extrem zäh, das ist richtig gut. Ähm, ja, mal Sachen reinlegen, die wir nicht brauchen. Hm, was riecht denn alles raus? Tier, Steins, Segel, Essence.